Danke, Olli. Ja, es kommt Sandra und Germait. Germait ist extra heute aus Hannover gekommen, um uns hier zu begleiten. Wer jetzt bei der Musik-Camp schon dabei war, hat sich schon singen hören. Eine ganz tolle Stimme. Und Sandra wird gleich auch noch etwas, ja, denke ich auch, Applaus wert. Noch gleich. Und Sandra wird etwas vorlesen zu dem Weltfrieden. Das ist ein offener Brief von der Maya, die uns also da auch das Recht eingeräumt hat, dass wir das hier vortragen dürfen. Ich will noch gar nicht viel sagen, ich sehe erst mal, wo der nicht gesagt ist. Wir kommen jetzt auch an, also, wie wir das hier vortragen. Ja. Wir machen das nicht. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. Is it hard to do? Nothing to kill or die for. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will be as one. I hope someday you'll join us. I hope someday you'll join us. I hope someday you'll join us. Vielen Dank.